Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch etwas richtig Nices. Und zwar einen kleinen Bug, sage ich mal, mit dem ihr eine overpowered Waffe bekommen könnt. Mit über, gefühlt, 20 Aufsätzen, jetzt mal übertrieben gesagt. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes, Freunde, geht ihr zu eurer M4 und braucht hier einmal die Unionswache. Die Unionswache bekommt ihr, wenn ihr die Kampagne durchgespielt habt. Also, falls ihr das nicht gemacht habt, kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr durchgrindet, auf Recruit, 5 Stunden, 4 Stunden maximal. So, wenn ihr jetzt diese Waffe habt, Freunde, dann geht ihr hin und modifiziert die, wie ich sie euch gleich zeige. Und ihr werdet gleich sehen, hier, ich habe kein Visier drauf, aber ein Visier ist drauf. Ich habe keinen Griff drauf, aber ein Griff ist drauf. Versteht ihr, was ich meine? Und genau das wollen wir hier erreichen. Es hat auch eigentlich einen Laser drauf, aber den habe ich entfernt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Der Laser ist meiner Meinung nach ein bisschen nervig. Aber vertraut mir, so habt ihr einfach eine Waffe mit mehreren Aufsätzen. Was genau diese Aufsätze auch drauf haben, zeige ich euch alles. Fangen wir direkt mal mit dem Lauf an. Hier haben wir den Tempus Hightower. Dann gehen wir über zum Schaft. Hier haben wir den Demo Fade Pro Schaft. Dann haben wir zum Mündung, haben wir hier F-Tech Castle Kompensator. Als Unterlaub haben wir den F-Tech Ripper 5.6. Und das war es eigentlich. Jetzt kommen wir zum Feintuning, denn es gibt auch eine Tuning-Möglichkeit, wenn ihr die Waffe auf maximal gelevelt habt. Könnt ihr hier diverse Dinge verändern und optimieren. Ihr könnt das Ganze mit meinen Einstellungen probieren. Falls es euch nicht gefällt, dann nehmt das Ganze gerne raus. Da die Handhabung von der Waffe jetzt eher nicht so gut ist, werden wir uns ein bisschen darauf mobilisieren. Dementsprechend würde ich hier ungefähr 10 auf Bewegungstempo beim Zielen gehen. Dann haben wir hier unten Zielgeschwindigkeit und effektive Reichweite. Da Reichweite genug ist, würde ich etwas auf die ZV-Geschwindigkeit gehen. Also wirklich auch nur minus 10 ungefähr. So viel zum Lauf. Dann kommen wir einmal zum Kompensator. Hier haben wir Stabilisierung von Rückstoß und die ZV-Geschwindigkeit. Hier würde ich eher so auf die Stabilisierung gehen, weil wir vorhin etwas Stabilisierung rausgenommen haben. Dann hier Untätigkeitszielstabilität oder Waffenrückstoßkontrolle. Die Untätigkeitszielstabilität fühle ich jetzt nicht so, weil ich nicht so gerne käme. Deswegen gebe ich jetzt persönliche 15 auf Waffenrückstoßkontrolle. Dann geht es einmal weiter. Und zwar geben wir hier zum Schaft. Hier haben wir Zielstabilität beim Laufen und die ZV-Geschwindigkeit. Zielstabilität beim Laufen ist wichtig. Hier würde ich ungefähr 0,80 geben. Unten haben wir Bewegungstempo beim Zielen und Untätigkeitszielstabilität. Wieder Untätigkeitszielstabilität feiere ich nicht. Hier ungefähr 0,5 dann auf Bewegungstempo beim Zielen. Dann habt ihr hier diese Waffe. Ihr könnt gerne in den Schießstand gehen und das Ganze hier gerne etwas testen. Da das ein Sturmgewehr ist und man eher damit um die Ecken geht mit Zielen und so, bin ich eher auf das Laufen während dem Zielen gegangen. Und ihr seht, man ist hier sehr mobil. Apropos, ihr könnt hier sehen, ich habe einen Laser drauf, obwohl ich den gar nicht habe. Und genau das meine ich halt, das ist Overpower. Deswegen habe ich auch immer eine andere Waffe dabei. Jetzt in dem Fall ist es eine andere, aber normalerweise nehme ich halt immer eine MP mit. Die MP habe ich bereits schon hochgeladen. Checkt das gerne mal aus. So, und ich kann euch hier einfach mal den Rückschluss und so zeigen. Ihr seht, Time to Kill ist stabil und ja, kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich würde sagen, ich halte das Ganze jetzt einmal hier und drücke einmal durch, damit ihr seht, wie die Waffe sich bewegt. So, ihr habt gesehen, der Rückschluss ist relativ leicht zu kontrollieren. Einfach gut runterziehen und ihr seht, alles funktioniert. Im Großen und Ganzen eine brutale Waffe, Freunde. Time to Kill ist unnormal krass. Und das Ziel nun so auch alles tip top feiere ich. Eure Meinung gerne unter die Kommentare dazu. Und ja, das soll es dann mit dem Review hier zu der Waffe gewesen sein.